Hallo liebe Studentinnen, hallo liebe Studenten. Wir konjugieren heute das Modalverb dürfen. Also dürfen ist der Infinitiv. Ich konjugiere den Singular. Ich darf. Bitte beachten Sie keine Endung. Du darfst. Normale Endung ist T. Er, sie, es darf. Keine Endung. Dann der Plural ist regelmäßig. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie dürfen. Die Höflichkeitsform auch. Sie dürfen. Also Infinitiv. Erste Person Plural. Dritte Person Plural. Und die Höflichkeitsform im Singular und im Plural sind gleich. Sie dürfen. Sie dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.